Vielleicht ja doch nicht und immer wieder ins Zweifeln kommt. Und immer wieder diese Zweifel, das sind natürlich diese Gedanken und diese Gefühle, die einen da in die Länge treiben, oder? Deswegen geht das lange. Das muss eigentlich alles gar nicht so lange dauern, was man haben will. Denn im Feld ist es ja schon da. Es ist ja schon vorhanden. Es ist auf energetische Art und Weise ist es da. Und ich muss mich nur damit verbinden. Ich muss es fühlen, ich muss es denken, ich muss es handeln, ich muss die Person sein, die das Ganze schon hat. Und wenn ich jedes Mal nach der Meditation rausgehe und merke, ich hinke, ich habe Schmerzen, dann reißt mich das wieder zurück. Ich muss einen Mindset schaffen, der die Realität nicht zu meinem Spiegelpunkt meiner Zukunft macht. Ich muss es einfach tatsächlich schaffen, zu ignorieren und zu wissen, dass ich auf dem richtigen Weg bin, trotzdem es sich mir jetzt hier in der Realität der fünf Sinne doch noch anders zeigt. Und das ist das Schwierigste an diesem Weg. Das ist das Schwierigste, dass man nicht aufgibt. Das ist das Schwierigste, dass man den Glauben nicht verliert. Und das ist eigentlich das, wobei ich euch helfen will in meinem 10-Tage-Gruppenkurs. Einfach für euch diesen Glauben und dieses Wissen ganz, ganz festhalten. Und diesen Glauben und dieses Wissen euch zu übergeben, denn es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, dass wir gesund sind. Es ist die Wahrheit, dass die gesunde Version von uns im Feld vorhanden ist. Und dass wir einfach die kranke Version von uns zurücklassen müssen. Und diese kranke Version nicht wir sind. Das ist nicht unsere Identität. Und wenn wir in den Meditationen, in diesen Raum eintreten, in dieses Nichts, wenn wir niemand werden, zu keinem Zeitpunkt, an keinem Ort, wenn wir uns sozusagen entmaterialisieren und nur noch Energie sind. Und dann wissen wir und spüren wir tatsächlich, dass in diesem Raum, wo nichts ist, also wo keine Identität ist, also auch keine kranke Identität, auch keine Glaubenssätze herrschen können, die uns von unserer Gesundheit, von unserem Glück, von unserer Fülle, von unserem Wunschleben trennen. Und je klarer uns das wird, je klarer und täglich, je klarer uns das wirklich wird, wie wir uns erschaffen, schöpfen, unser Leben erschaffen und erschöpfen, desto weniger machen wir Umwege, desto weniger gehen wir zurück zu unserem alten Ich, in unserem alten Zustand. Und dieser Weg ist zusammen oder in der Gruppe einfach so viel einfacher. Und ich sage es euch, ich habe gesagt, dieser Gruppencoaching kostet 99 Euro, aber ich mache euch eine Geld-zurück-Garantie, wenn ihr nach diesen 10 Tagen, am Montag fangen wir an, wenn ihr an diesen 10 Tagen keinen Mehrwert für euch hattet, am 28. Februar, ich gebe euch das Geld zurück, das ist mir egal. Es geht wirklich nur darum, dass ich wirklich euch helfen möchte, diesen Weg anzuschieben. Und dann könnt ihr alleine weiterfahren, dann könnt ihr eure Kreise im Leben mit Glück und Happiness und Gesundheit alleine, aber manchmal ist es so wichtig, einfach so eine Initialzündung zu bekommen und einfach wirklich dieses Vertrauen in den Prozess zu gewinnen, in diesen neuen Prozess, in dieses Unbekannte, das Angst macht. Und wenn wir dort zusammen sind, 10 Tage, dann habt ihr keine Angst mehr und ihr wisst es, dass es funktioniert und es gibt so viele Testimonials. Aber dranbleiben ist das Wichtigste und das Wissen, das Wissen, dass es zum Erfolg führt, auch wenn es noch so unbekannt ist, wenn es noch so viel Angst macht im ersten Schritt. Also, ihr könnt euch immer noch anmelden, wir legen los am Montagabend mit dem ersten Zoom-Meeting. Ich werde den Link dann noch bekannt geben für die, die dabei sind. Und ich mache nicht nur zwei Zoom-Meetings, sondern ich mache das Auftakt-Meeting und ich mache dann zwei Gruppen-Coachings noch. Und jeden Tag kriegt ihr ein Live-Video in der Facebook-Gruppe zur Inspiration, das euch weiterbringt. Ihr könnt mir Fragen stellen, ich bin für euch da. Ich bin diese 10 Tage 100% für euch da. Und ja, wenn ihr die 99 Euro nachher zurück wollt nach den 10 Tagen, dann ist es auch okay. Also, ihr Lieben, genießt den Tag, genießt das Wochenende. Ich freue mich, von euch zu hören. Ihr könnt mir auch einfach so ein E-Mail schreiben oder sonst poste ich auch nochmal den Anmelde-Link für das Gruppen-Coaching unter dieses Video. Ich wünsche euch einen Happy Day und alle Sonne in euer Herz. Eure Patricia. Ciao, ciao.